Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unser Ziel ist es, die mächtigste Armee der Geschichte aufzustellen Ich sollte dabei sein, ich weiß, dass du mir das nicht zutraust, aber... Das ist kein Spaziergang, Steve, sondern Krieg Jede Armee beginnt mit einem Mann Fünf Versuche in fünf verschiedenen Städten Ich gebe Ihnen eine Chance Sie werden der Erste einer neuen Generation von Supersoldaten Warum ich? Weil der Schwache die Bedeutung der Stärke kennt Die Bedeutung der Macht Ist gar nicht so schlimm gewesen Das war Penicillin Wir werden diesen Krieg gewinnen, weil wir die besten Männer haben Jetzt, Mr. Stark Und Sie werden heute den Feind Persönlich durch die Pfanne der Hölle führen Wie fühlst du dich? Größer Ihre Aufgabe ist keine leichte Wer zum Teufel sind Sie? Der Erste von vielen Ihr Feind Feind Ist nicht das, was Sie erwarten Ich weiß nicht, ob ich das schaffe Sie wurden dafür auserwählt Was hältst du davon? Das funktioniert Was hältst du das? Vielen Dank.